Laufen doch welche, Alter. Oh ja, es wird richtig kritisch, ne? Uh, die Rakete sollte mich treffen. Rakete oder Schnieper, Alter? Nee, Rakete, glaube ich. Oh, Digger. Du bist ja gefallen. Ja. Du bist ja gefallen. Ich mach hier... Tick, zack. Wir kriegen die nicht so weit. Oh ja, ich seh dich da. Vielleicht sind die Spiele, die können das nicht so gut. Aber sag mal, wieso muss ich jetzt meine M5 wieder ausstatten? Die hab ich doch ausgestattet mit der Standard. Nee, wieso? Welche Klasse hast du denn? Ja, die... Ich spiel alles immer gleich. Jetzt muss ich meine M5 wieder neu ausstatten. Das versteh ich nicht. Komm bitte nicht raus. Ja, warte mal. Da kommen zwei... Zwei hinter... Ja, genau, von da. Okay, komm. Von hinten kann keiner kommen, ne? Doch, die können natürlich beide Türen aufmachen. Auch vielleicht checken wir das nicht. Ja, vorne. Ich hab keine Lust. Glauber? Wie geht der? Komm, welcher? Stimmt jetzt nicht! Ich bin wieder fit! Charlie Frei stehen unter Beschuss. Wir können Charlie Frei an. Was ist denn mit Position? Ich bin wieder fit. Ich bin wieder fit. Fack dich? Ja, das ist gut. ja siehst du die beiden fernsteller man hat die vier action ja aber ich komme nicht an ihren natürlich runterspringen fällschön wohin unter die at 1 1 1 2 2 ok und die muss drunter ja das kann ich komme okay 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 ich muss mich konzentrieren die hör auf und nicht zu früh sind die müssen erst mal unten landen der starke action der starke action die b1 aber was da oben los ich gehe auf einnehmen da vorne an der häuser kannte nicht mehr okay ich kämpfe schon der reich kommt die wacke nicht so weiter wer hat uns gerade müssen runter weil er eine das war halt ich bringe ich runter schick sie alle fix wie alle alter das guckte alle einnehmen hast aber kein du hast kein dass kein reparatorium da kommt das hochrechte kippe wir bleiben bis zum bitteren ende eingehen jetzt mal gucken um ja wir können darüber fliegen aber wie geht weiter rechte seite wieder geht weiter c2 oder hab die 1 1 1 wie die fangen wieder hoch die gehen an den land hoch hier rechts er die noch ok 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 da kommen sie habe ich aber die stark da kommen aber noch mehr habe ich auch unter uns stopp ja die holster und post reden das ist noch einer der strikte hoch der muss da noch aufstehen ja schöner scharfschuter da haben die in den dings hier hinten liegen alter wegen der bieten jetzt können wir jetzt können wir b1 da habe ich ein wieso kommt nicht unser eigener mann oben auf dem dach liegt einer mit einer raketenwerfer ja da sind wir getroffen nicht gierig werden kommen nicht gierig werden warte sagt in breit ist ja so genau der digger sauber der war richtig ich weiß der aus der nächste die können wir catchen die können wir catchen da hinten links bauert immer wieder richtig was nachladen ja gut dann auch die kunden geben wenn wir nicht gierig da rechts zu rechnen weil der rechner der rechner der rechner der rechner werde ja den 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 ja ok den schnitt immer weg bei den weißen autos vor uns vom roten gebäude von unten kommt habe ich bei den vier containern dahinter ja dahinter dahinter da ist einer längst ja ich bin leer dann nicht gierig werden haben wir lieber ab ja wir haben ab ich sehe schon dass du noch einzelschubst er die gar nicht immer noch unsere kollegen machen gar nichts mehr weniger ehrlich gar nicht gar nicht nur von dir kriegt da vorne bei den weiten container hier vorne und da läuft noch einer wir wurden von einem ziel verjagt ja drauf geschütten drauf geschütten den scheißen wir den scheißen okay wir nehmen ein er und jup ok hoch wohin willst du wirst du wirst du wirst du wirst du wirst du also abspringen fallschirm action panzer holen ja hört sich ganz gut an oder wenn ich jetzt schaffte sie geholt sie noch nie im leben ich denke ich mache jetzt ein frack guckt bei der hand ja ich habe das glück gemacht da unten da ist die der war zu spät okay hoch weg der kam von hinten oben ja wir sind jetzt nicht greedy kommt ja gar nicht sein das kann ja gar nicht sein du bist ja der ist vorne auf 12 uhr von der von der von der genau über der fand du musst du kannst du erst mal ein snacken da den boden also ja ja die kassen schloss ja ok und dann holt ihr den bei c2 na ich muss doch schießen ja ich muss mal sehen wo er ist hab ihn und hier unter uns ja wir halten sie nur da kommt links gleich was hoch die treppe da links ja genau der heli ist runter ja sauber wir haben guten support hier erst da auf dem flugfeld ja da können wir gehen dann c2 c2 b1 c1 das ist so offensiv aber gut kann ich machen da ja da stehen wir auch wo sieht ihr da ganz auf der offenen feld gerade ausgucken die gerade ausgucken gerade ausgucken ja den habe ich da mit einem schuss habe ich den geschnackte da kommt einer mit dem schirm runter über die da kommt einer mit dem schirm runter über die da kommt einer mit dem schirm runter das war's und wie die tickets runter gehen bei denen die haben nichts mehr ich brauche mehr munition hast du noch oh oh nein ich habe ihn gesnipert ja schön diggi